Hallo ihr Lieber und herzlich willkommen zu Breaking News aus dem Hause Pellia. Und was kommt eigentlich schon am Mittwoch für euch ins Spiel? Als allererstes will ich hier aber ganz klar sagen, dass heute noch ein weiteres Video sehr wahrscheinlich kommen wird, wo wir dann nochmal in Tiefe darauf eingehen werden. Jetzt aber erstmal in aller Kürze, was euch schon nächsten Mittwoch in Pellia erwartet. Als allererstes wird es neue Emotes geben und da können wir überlegen, was würde das wohl sein? Wir hatten ja vor kurzem ein paar Emotes, die angekündigt wurden. Und da hatten wir zum Beispiel das Hinsetzen, was ja dann reingekommen ist. Aber es stand auch andere Sachen da, wie Hinlegen zum Beispiel. Das heißt, sowas in der Art kann reinkommen. Außerdem könnten noch neue Tänze zum Beispiel reinkommen. Sowas vielleicht in der Art oder es könnten auch Emotes reinkommen, wo man einfach mit anderen Leuten besser interagieren kann. Das können wir noch nicht genau sagen. Vielleicht schon im zweiten Video dann ein wenig mehr dazu. Was aber auf jeden Fall reinkommen wird und was wir auch schon genau wissen, wie es reinkommen wird, ist das Crop Removal. Crop Removal. Was heißt das auf Deutsch genau? Das heißt, dass ihr jetzt von euren Feldern dann auch die Samen entfernen könnt, wenn ihr sie platziert habt, aber vielleicht doch etwas anderes dahin haben wolltet. Oder wie es mir schon ein paar Mal passiert ist, dass ihr Sachen wie zum Beispiel Tomaten platziert habt, obwohl ihr eigentlich einen Apfelbaum platzieren wolltet und ihr dann erstmal eine Tomatenstaude für mehrere Tage dort hattet, weil sie ja multiple oft einmal erntbar gewesen ist. Das könnt ihr jetzt entfernen. Das ist jetzt easy peasy machbar und weiteres Dekor Enhancement soll auch noch reinkommen. Was das genau bedeutet? Wir werden es erleben. Auf jeden Fall sollen wir jetzt Dekor ändern können, oder was heißt Dekor verbessern können. Ich kann es nicht genau sagen, was damit gemeint ist. Zumindest kann ich euch jetzt noch nicht so viel darüber sagen, aber vielleicht schon nachher im Dev-Blog dann ein wenig mehr dazu. Auf jeden Fall werden auch noch neue Outfits ins Spiel kommen. Die haben wir ja sowieso in jedem Update drin. Die kommen auf jeden Fall. Aber das große neue, der Teaser, den wir auch schon als Bild haben, ist der neue verbesserte Schwarzmarkt von Seki, den ihr hier auch mal in einem Bild und schon auf dem Thumbnail gesehen habt. Der neue Schwarzmarkt wird tatsächlich ein dickes Glow-Up bekommen. Denn, oh mein Gott, schaut mal, sieht der nicht krass gut jetzt aus. Und was können wir daran auch noch mal sehen? Viele der Gegenstände, die wir in den ganzen Gebäuden und alles sehen, können wir auch zumindest zu einem späteren Zeitpunkt auch noch mal selber bei uns drin haben. Und wir haben hier saukoole Lampen, so mit diesen hängenden Lampignons, mit diesen hellen, naja, so Glühwürmchenartigen Lampen oder den Lichterketten. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Genauso auch dieses Regal, was wir da alles in der Art haben. Und auch noch mal so diese Blumenkübel, diese Töpfe, die ich auch super, super cool finde von der Art her. Wir können also auf jeden Fall gespannt sein, was noch so alles mit dem neuen, verbesserten Schwarzmarkt zusammen ins Spiel kommen wird. Aber auf jeden Fall sieht das schon ziemlich cool aus. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Was ist euer Highlight von den Sachen, die ich euch bisher announcen konnte? Und dann freut euch auf ein tieferes, auf ein more in deep, also ein mit mehr Informationen gefülltes Video, heute noch im Verlauf des Tages. Ich sage danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann bis zur nächsten Runde. Palea. Ciao, ciao.